Einen wunderschönen guten Tag Gentlemen und herzlich willkommen zu diesem Video, bei dem wir über folgende sprechen wollen. Wenn du einen Eindruck hinterlassen willst, bei dem anderen Geschlecht, bei einer anderen Person, dann ist es unglaublich wichtig, dass du verstehst, dass die meisten Informationen, die wir abgeben, unterbewusst sind, unbewusst sind. Heißt also, wenn wir uns gegenüber sitzen und du mich siehst, ist das meiste davon, was du von mir an Informationen wahrnimmst, unbewusst. Was bedeutet unbewusst? Nun, dir muss im Klaren sein, dass das meiste, was ich erzähle, vor allem einen Effekt hat durch meine Körpersprache. Bedeutet, wenn ich rede, sind die Inhalte, also das, was ich sage, nicht mal so wichtig wie die Art, wie ich es sage. Wir resonieren mit der anderen Person viel mehr anhand der Körpersprache. Heißt, stelle ich vor, ich würde hier sitzen und einfach nur sprechen. Und zwar so. Schön, dass du heute hier bist. Schön, dass du heute gekommen bist. Danke, dass du hier bist. Freut mich sehr. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Ich hoffe, bei dir ist alles gut. Ich wünsche dir nur das Beste. Alles, alles Gute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn ich das tue, wirst du merken, dass du langsam die Lust verlierst, zuzuhören, weil kein Gefühl drin ist. Weil dort nichts rübergebracht wird an Expressionen, an Emotionen. Das ist eben der Punkt. Heißt also, wenn dich jemand sieht, dann achte diese Person vor allem darauf, was sagt deine Körpersprache, was sagt deine Körperhaltung, was ist der erste Eindruck, wie sollte deine Körpersprache also ausgerichtet sein, damit du die andere Person beeindrucken kannst. Was ist dabei wichtig? Das allererste, was wichtig ist, ist 85% machen Statur aus und Körperhaltung aus. Was meine ich mit Statur und Körperhaltung? Wenn du dir selber einen Gefallen tun willst, wenn du dafür sorgen willst, dass du einen guten ersten Eindruck machst, dann sorg dafür, dass du verdammt nochmal trainierst. Geh ins Training, egal ob es Gewichtestämmen ist, egal ob es Kampfsport ist. Sorge dafür, dass du eine stabile Haltung hast, eine stabile Statur hast und dass deine Körperhaltung nicht gleich zusammenklappt, wenn du dich hinsetzt und sitzen musst und einen aufrechten Rücken haben musst. Wenn du stehst beispielsweise, dass deine Hüfte nicht ständig durchgedrückt ist oder durchhängt und den Bauch rausguckt, sondern achte darauf, dass du einen stabilen Rumpf hast. Achte darauf, dass du einen stabilen Rücken hast. Achte darauf, dass du eine stabile Statur hast. Achte darauf, dass dein Körper trainiert ist, denn das wird einen Großteil der Arbeit für dich erledigen. Weiterhin, der zweite Punkt, extrem wichtig, dass du kongruent bist und Überzeugung in dem hast, was du sagst. Es gibt da draußen sehr viele, die dir vielleicht diese Techniken beibringen, wie du jemanden ansprechen sollst und all das. Und das ist auch okay. Es ist nichts Wildes. Es ist nichts Schlimmes, solche Dinge zu lernen. Das Ding aber ist, wenn du heute lernst, wie Casanova gesprochen hat damals, wie er an diese Frauen reingegangen ist, um Frauen kennenzulernen, um Menschen kennenzulernen, wirst du bemerken, dass es sein Stil ist und dass du das Ganze nicht mit vollster Überzeugung rüberbringen kannst. Das heißt also, wenn du etwas mit vollster Überzeugung rüberbringen willst, sollte es dein Stil sein. Die Dinge, die du sagst, die Art und Weise, wie du es sagst, all das unterscheidet dich von anderen Menschen. Es gibt einen Unterschied in dir und anderen Menschen, was das betrifft. Bedeutet also, wenn du versuchst, den Stil von anderen zu kopieren, kannst du nicht in vollkommener Überzeugung sein. Und diese vollkommene Überzeugung in den Dingen, die du sagst, ist das, was wirklich einen Effekt hat. Nicht die Techniken. Die Techniken sind 20%. 80% ist die Art und Weise, wie sehr du überzeugt davon bist. Heißt also, du kannst noch so viel lernen und machen und Sonstiges. Wenn du nicht vollkommen überzeugt darin bist, hast du Schwierigkeiten. Wenn du jedes Mal dabei denken musst, oh nein, habe ich das jetzt richtig gemacht? Würde er es auch so machen? Wie würde er es machen? Wie würde es da funktionieren? Wie würde es aussehen, wenn diese Person es macht? Habe ich es jetzt so, wie diese Person es macht? Jedes Mal, wenn das passiert, bist du inkongruent. Du bist nicht im Einklang mit dir selbst. Du bist zweiflerisch. Und das hat sehr viel mehr negative Effekte als ein schlechter Spruch. Dritter Punkt. Halte deinen Kopf gerade. Schau nach vorne. Wenn du unterwegs bist, achte einfach mal drauf, wie oft man auf den Boden guckt. Wie viele Menschen auf den Boden gucken. Achte mal darauf, wie deine Körperhaltung ist. Ob sie nach vorne gebeugt ist, mit dem Kopf nach unten. Und du guckst nur auf den Boden. Oder ob sie nach hinten geht. Und ob du hier aus dem Zweigfeld sprechen kannst. Weil du offen bist. Weil du durchatmen kannst. Ob du so gehst, mit der Brust raus. Und da ist auch der vierte Punkt. Halte die Schultern hinten. Oben und hinten. Wenn du das hier machst, ist das eine gefügige Haltung. Du brauchst keine gefügige Haltung. Okay, das ist ein Abturn höchsten Grades. Bedeutet also, sorge dafür, dass du eine stabile Haltung hast. Achte darauf, dass dein Rücken gerade ist. Dass du stabil sitzt und Raum einnimmst. Und erst ab diesem Zeitpunkt kannst du etwas Starkes vermitteln. Und das, was extrem wichtig ist, wenn du eine Frau in dein Leben ziehen willst, die wirklich ein höheres Kaliber hat, ist, dass du ebenfalls ein Mann bist, der hohen Wert hat. Und ein Mann von hohem Wert hat eine vernünftige Statur, hat ein starkes Mindset. Deine Körpersprache ist ein Ausdruck dafür, was in dir vorgeht. Und erst wenn du diese Körpersprache stabilisierst, zeigst du damit auch gleichzeitig, dass dein Inneres stabilisiert ist. Und hier ist noch etwas Interessantes. Dein Geist hat Einfluss auf deinen Körper. Dein Körper und deine Haltung haben Einfluss auf deinen Geist. Das bedeutet, du kannst deine Art und Weise zu denken innerhalb von Minuten ändern, indem du deinen Körper veränderst. Indem du dich aufrecht hinsetzt. Tu es einmal. Öffne dich, schau nach oben und halte das Ganze ein paar Minuten und du wirst merken, dass du dich besser fühlst. So mächtig ist unser Körper. Heißt also, sei dir bewusst darüber, was für eine Körperhaltung du über den ganzen Tag hast. Sei dir bewusst darüber, dass du an dir arbeiten solltest, trainieren solltest. Dass du daran arbeiten solltest, einen starken Körper zu haben, damit du einen gewissen Ausdruck hast, eine gewisse Ausstrahlung hast. Und dann wirst du merken, dass du kein Problem damit haben wirst, mehr Anziehung aufzubauen. In dem Sinne, ich hoffe, diese Informationen konnten dir weiterhelfen. Wenn du bereit bist, das Ganze in Angriff zu nehmen, einen maskulinen Frame zu etablieren, deine Kommunikation zu meistern und somit Anziehung aufzubauen, sodass du endlich wahre Liebe in dein Leben ziehen kannst, dann bewirb dich für ein Erstgespräch. Der Link dazu ist unten in der Beschreibung. Ansonsten, wenn es Fragen gibt, rein in die Kommentare damit. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Let's go.